Herzlich willkommen bei Pardauts in dem feurigen Blarkvulkan. Ich bin Nico, der, der den Schnuffel-Yoshi spielt. Und ich bin Anja, die die Zitrus-Yoshi-Tussi spielt. Und Hitze kann mir nichts anhaben. Schnuffel, hilf dir! Soll ich ihn nehmen? Ich weiß es nicht. Der ist ganz schön billig, ne? Nehmen wir immer. Weißt du, du nimmst Schnuffel nach der Aktion der letzten Folge. Hallo! Traust du dich überhaupt noch, den Namen Schnuffel in den Mund zu nehmen? Du solltest dich verschnuffeln. Schatzi-Muff? Muff? Muff? Oh, guck mal da. Das ist ja wirklich Schnuffel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das gefällt mir gar nicht. Oh Gott! Oh, wie hättest du dich durch... Oh! Aber warte, Hitze kann uns ja nichts anhaben, ne? Das teste ich mal. Dir kann Hitze nichts anhaben. Oh, wie geil ist das denn? Guck dir's mal an. Ja, ist das super für dich. Ähm, hast du mal einen Knäuel? Ach, ich münd dich einfach. Ich würd sagen, nimm doch nicht. Äh. Wirst du's denn noch hinbekommen heute? Jetzt bin ich in Ruhe. So. Ja, wo Schnuffel jetzt ist es... Ach, da unten brennt er. Da unten brennt er. Komm mal her, ich will nochmal... Ich will nochmal... Ne, okay, ist nichts. Entschuldigung. Der brennt wirklich, ne? Der arme Schnüffel. Komm. Was du ihm auch antust, ne? Dass du ihn extra in so eine Gegend nimmst. Bedenke, der rennt immer da hin, wo du hinguckst. Ja, ich geh voll ab mit ihm. Oh Gott. Ja, das hat sich ausgeschnuffelt, ne? Oh nein. Oh, ich bin schwarz. Oh Gott, das ist aber nicht schön. Oh, wie gemein das ist. Mit den Wollknäuel. Schnell, schnell, schnell. Oh, Schnuffel, Digga. Was ist denn mit dir? Ich habe gar keine Knolle. Ich muss nochmal zurück. Oh. Dann hol dir da ein paar Knolle. Knulls. Oh Mann. Das war eine gute Idee. Ich dachte, das wäre schon weg. Das war so sehr souverän gemeistert. Oh, Nico. Da, ich habe dir ein paar rausgeholt. Ja, total. Statt dich zu bewegen, weißt du? Jetzt los. Ich warte lieber ab. Oh mein Gott. Ich setze noch einen Kaffee auf. Ja, bevor ich da wieder abbrenne. Wir haben nicht mal eine Kaffeemaschine. Ist egal. Oh, was ist denn hier los? Weißt du, wer das ist? Das ist Karma. Am Arsch, Alter. Oh, jetzt bist du... Kann man da in den Mund schießen? Wie willst du in den Mund schießen? Sag mal an, ja. Dein Hund verbrennt da unten schon wieder. Dem geht es sehr gut. Dem, ja, ja, alles. Der sieht auch sehr glücklich aus. Oh nein, ich habe richtig verkrackt. Oh. Aber jetzt habe ich wenigstens deine Knolle. Oh nein. Oh, Schnuffel hat ihn... Hast du es gesehen? Ja, richtig weggebums. Weggebums. Guck mal, das macht mir alles nichts aus. Schnuffel dich, Nico. Das hättest du vielleicht auch nehmen sollen. Oh, wer brennt da? Hm, ich nicht. Oh, ey, das war mir gut, dass du noch da standest. Alter Hund, dein Ernst. Das ist ein richtiger Stresslevel, wenn man keinen Trick-Anstecker hat. Oh, hier unten, guck mal. Ja, da kannst du gerne hingehen. Ja, mache ich auch. So, ah, schieben, 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 schieben. Oh, wie er da rumdance bei mir. Guck mal. Ey, ey, ey. Oh mein Gott. Er will geknuddelt werden. Ich bin auf ihn drauf. Schnuffel! Ja, du reitest auf meinem Hund davon. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Schnuffel mit seinem Yoshi. Nyauuu. Haha. Oh. Oh, 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 oh. Oh Gott. Meins. Nyauuu. Oh. Ja, ein Glück. Das wäre gerade mein Ende gewesen. Oh, da musst du fliegen, da musst du fliegen. Einen Kugel, Willi? Den hatten wir ja auch noch nicht, ne? Ne. Warte, man muss ja immer Gegner ein. So, jetzt habe ich ihn. Ich glaube... Die meinen diese Dinge aber auch runterfallen. Das ist super fies. Du hast ja noch deinen Schnüffel. Ja, der springt da rauf, der Trottel. Und dann sterbe ich genau so. Sehr gut. Das ist zu zweit einfach mal Rust. Ja, wie gesagt, also hier ist der... Au, aua. Der Trickanstecker, der wäre es gewesen bei dir. Aber es konnte man auch nicht an, dass das jetzt so böse wäre. Oh Gott, ich sterbe die ganze Zeit. Guck mal, dir passiert nichts. Schnüffel, der gerade wie so ein Superheld rumgeflogen ist. Schnüffel ist auch ein verdammter Superheld. Oh mein Gott, ich werde sterben. Das wirst du. Das wirst du wahrscheinlich. Oh. Schnell, schnell, schnell. Schieben, schieben, schieben. Ich mache... Ich mache... Und noch mehr. Oh, wir haben schon vier. Also der Level scheint jetzt aber nicht so groß zu werden, weil wir recht schnell die Teile gefunden haben. Oh Gott. Oh. Oh, ja. Jetzt hast du mich mit dem Weg abgeschnitten. Oh. Das ist ganz schön stressig, Leute. Oh, jetzt habe ich verfehlt. Entschuldigung. Ah. Oh. Terror Aiming. Meins. Alles meins. Was ist das? Oh, schnell, wir müssen spilen. Oh mein Gott, ich sterbe, ich sterbe. Wir müssen spilen. Oh nein. Oh, alles noch gesammelt. Oh Gott. Es war knapp, aber es war geschafft. Ich bin ja kurz vorm Verrückend. Ah. Super, ich bin verrückt. Mein Schnuffel, er brennt in der Lava. Ah, guck, hier wäre dein Schnuffel ganz praktisch. Ja. Oh. Ja, gut, das... Ich kriege dich nicht runtergeschluckt. Meins. Ah, hier ist eine Röhre. Oh Gott. Warte. So. Hier noch... Versteckt mich. Oh, die Note. Aufmerksamkeit. Oh mein Gott. Was denn? Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich hasse dich. Oh, Alter, das geht gar nicht. Fupp. Musst du machen. Fupp. Wie Schnuffel. Hart im Rumspringen ist. So, komm. Mio. Habe ich dich jetzt wieder ausgeschluckt? Ja. Oh, jetzt soll ich voller Hilfe. Jetzt darf ich nicht mehr getroffen werden. Wir haben das nämlich auch geschafft. Hier ist ein Biggie-Typie. Oh, Schnuffel, Alter. Du hast mich gerade echt den Tod springen lassen. Du bist nicht der beste Freund des Menschen oder des Yoshis. Oh Gott. Oh Gott. Und weiter. Eau. Oh, verdammt. Oh. Ach. Ich hab's. Doch nicht. Warte, ich kann mich aber hochjumpen lassen. Von der Lava. Genau. Ah. Sehr gut hast du. Ich hole mir das jetzt noch. Und auf ins Ziel. Ganz allein. Ne, ich hol dich noch. Da hast du auch ein Gefühl von Sieg. Oh mein Gott. Schnüffel. Komm, wir reiten auf Schnüffel. Ich reite auf Schnüffel. Nein, wir. Ja. Das sieht voll saut aus. Mio. Haha. Du musst auch durchspringen. Ha. Habst du gar eine Blume bekommen? Ist egal. Du dich ja überhaupt freust, du erzloses Tier. Meinst du jetzt Schnüffel oder mich? Ja. Ah, Schnüffel. Okay. Wie er mitkommt so. Oh, die Lava. Ist noch reingeschmissen. Oh, guck. Alles geschafft. Guck mal, wie wir ein Blümchen bekommen. Sehr schön. Ich frag mich, wie der Yoshi jetzt aussieht. Das ist Magma-Yoshi bestimmt. Bonus Spiel. Nichts mit Wolken. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich gehe links. Ich gehe rechts. Oh. Und die nächste Fuhre. Oh nein. Ich glaube, ich habe gewonnen. Oh, es war wirklich sehr knapp. Also man kann jetzt nicht sagen. Du hast vielleicht drei Früchte oder so mehr gesammelt. Schatzimoff. Ich liebe dich. Schnüffel. Schatzimoff. Was ist denn das wie ein Name? Oh, guck mal, wie er abgeht. Es war voll Rock-Yoshi. Ja. Oh Gott. Das war ja ein Level. Und, und, und? Was wird das? Was ist denn das? Ein Lava? Vulkan-Yoshi. Ja gut, dann hatte ich ja doch relativ recht. Willst du den, oder? Nee, ich will meine Kuh wieder haben. Also orange auf orange ist mal ganz schlecht als Yoshi, ja. Ich will Kuh. So, ich nehme Vulkan-Yoshi. Du bist Kuh-Yoshi? Ja. So, was haben wir denn in der nächsten Folge? Oh, das wird bestimmt so ein komplexes Level. Pyromide. Pyromide, for real. Okay, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da, kommentiert fleißig, abonniert unseren Kanal und teilt die Folge. Und, ja, tschüss. Tschüss. Lüfter. Das nächste Mal nehme ich dieses Scheiß-Feuer-Gedöns, ey. Das war richtig nervig. Ich habe mich auch total scheiße gesehen, weil alles war orange und mein Yoshi war auch komplett orange. Also wie alles war längst spoz vide am Auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020